Mädchen, dreh dich um! Du bist mein Schatz! Das kann doch nicht wahr sein. Äh, hey, 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 hey! Gutes Gätzchen? Böses Gätzchen? Gutes Gätzchen? Böses Gätzchen? Gutes Gätzchen? Äh, Leute, ihr seid ja auch schon da. Das Gätzchen ist immer so aufgeregt, wenn ihr dabei seid. Schaut mal, dieses hübsches, hübsches Gätzchen, lassen wir nicht kennen, aus Mexiko. Boah, so viele Haare. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge auf diesem Kanal, Leute! Wer von euch hat schon ein Abo bei diesem Kanal da gelassen? Und vielleicht schaffen wir bei diesem Video wirklich jetzt mal die 1000 Likes, Leute! Beim letzten Video haben wir das nicht geschafft, Leute! Wir haben nicht mal die 10.000 Likes geschafft! Aber wir werden nicht aufgeben, Leute! Wir werden nicht aufgeben! Deswegen dachte ich mir mal, wir schauen uns heute einen Kinofilm an von Turning Red. Ich weiß, wir sind ein bisschen spät dran und wir haben uns doch keinen Kinofilm von Turning Red oder Rot angeschaut. Boah, ich hab überall Katzenhaare. Boah, also, wenn ihr Lust habt, den Film anzuschauen, dann schreibt jetzt mal die 1 in die Kommentare, die 1 in den Chat. Und wenn ihr auch gegrüßt werden wollt, hab ich mir gedacht, ich grüße dieses Video ein. Der Kommentar wird jetzt eingeblendet. Aber was brauchen wir noch, um uns einen wunderschönen Kinofilm anzuschauen? Wir brauchen noch ein paar Snacks, oder? Dann lasst uns mal nachschauen, ob wir ja lecker Snacks da haben, oder? Ab in die Wohnung! Das wird übrigens das vorderste Video sein, hier aus Mexiko, Leute. Dann geht's wieder zurück. Schon wieder ein Kätzchen, Leute. Hier wimmelt es ja nur noch von Katzen. Also, die Katzen werde ich auf jeden Fall in meiner Wohnung in Berlin vermissen. Werdet ihr auch die Katzen vermissen? Gebt euch mal dieses süße Kätzchen hier. Okay, sie ist schon ein bisschen größer, aber wir sind ja da, um uns... Goodbye, Kätzchen. Erst mal ein paar lecker Süßigkeiten zu holen. Wartige für schöne Süßigkeiten geht ja nicht, Leute. Es geht nicht. Also, was haben wir hier? Wow, das sind ja schon lecker, lecker Plätzchen. Seid ihr auch eher ein Plätzchen-Freund, oder eher nur zu Weihnachten? Oder dann noch eher in Chips-Freund. Die haben wir noch vom letzten Video. Die riechen richtig lecker. Ich würde mal sagen, komm, ihr schreibt gerade in die Kommentare, äh, Plätzchen, oder habt ihr dann doch eher Bock auf leckereier? Ach, nee, komm, die Eier lassen wir nicht in die Kätzchen. Ich würde sagen, komm, Chips sind super. Lasst uns ins Zimmer gehen oder noch mal im Kühlschrank schauen. Nee, komm, Leute. Lasst uns beginnen, den Kinofilm anzuschauen. Ich habe mich schon rausgesucht. Hier ist der Laptop und ich würde sagen, let's go. So, wer von euch hat auch schon den Kinofilm angeschaut? Ich hoffe mal, ihr alle habt den angeschaut. Ich hoffe doch mal. Okay, lasst uns das jetzt mal auschecken und hinsetzen. Nächste Woche, wie gesagt, sind wir wieder in der Wohnung. Ähm, es ist ein bisschen eng hier. Ich bin ja auch nur zu Gast, ja. Aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Film an. Wie heißt noch mal dieses Mädchen hier? Wie heißt sie noch? Mir fällt der Name nicht ein. Genau, dieses Mädchen ist doch Turning Red, oder? Wie heißt dieses Mädchen? Dreh dich um. Wie heißt sie, Leute? Mir fällt der Name absolut wirklich nicht ein. Könnt ihr jetzt mal... Wartet mal. Mein Handy klingelt. Das kann doch nicht wahr sein. Könnt ihr das sehen? Es ruft aber mal... Es ruft mich Turning Red. Leute, es ist... Turning Red? Aber... Nee, Leute, ich kann da nicht hingehen. Schreibt jetzt mal kurz die einzelnen Kommentare, ob wir da hingehen sollen. Nee, 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 Leute. Nein, Leute, wir werden... Nee, nee, ich gehe da nicht hin. Wir wollten uns... Leute, wir wollten uns doch den... Wir wollten uns den Film anschauen. Und warum ruft ihr mich jetzt? Turning Red? Ach, Mann. Jetzt bekomme ich... Ich bekomme auch eine Nachricht. Das kann doch nicht wahr sein. Das gibt es doch nicht. Sie schreibt mir... Sie schreibt mir geraten in den Nachrichten. Nee, das kann nicht wahr sein. Was will sie auf einmal von mir? Lass uns mal... Lass uns mal nachschauen. Sollen wir ihr zurückschreiben? Sie schreibt... Hallo, Kammberg. Okay, sollen wir ihr zurückschreiben oder erst mal... Sie schreibt was? Schön, dass du mal die Videos schaust. Danke dir. Sie muss irgendwo in der Nähe sein, wenn sie das weiß. Sie weiß, dass ich die Videos so nie anschaue. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, was schreibt sie noch? Nee, 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 nee. Das ist... Lass uns erst mal abwarten, was sie mir schreibt. Du bist so toll! Hä? Äh, okay. Ja, ich... Leute, ich weiß, dass ich toll bin manchmal, aber... Das muss mir noch nicht Turning Red extra sagen, dass ich toll bin, oder? Du bist mein Schatz? Es geht schon wieder los. Wie bitte? Das ist doch das gleiche wie bei Mami Longlegs. Da war es genauso gewesen. Äh, ich schreibe ihr das jetzt auch mal. Reicht doch schon... Mami, oder? Es fängt doch noch zu regnen an. Mami? Schreibt sie uns? Oh mein Gott, sie schreibt uns irgendwelche böse Smilies. Was kann denn das nur auf sich haben? Ja! Sie wird das gleiche abziehen wie bei... Nee, nee, nee. Sie wird das gleiche abziehen. Nein, wie Mami Longlegs. Sie war ja auch um mich verliebt gewesen. Jetzt auch noch Turning Red. Wer folgt als nächstes? Ich bin deine Freundin. Ja, sie ist meine... Sie ist meine Freundin? Mein Schatz? Oh mein Gott. Äh... Was hat das auf sich? Leute, wie bitte? Ich schreib ihr. Lass... Lass mich in Frieden. Sie soll mich auch in Frieden lassen. Ich will mit dir absolut nichts zu tun haben. Ich will mit dir absolut nichts zu tun haben. Ich komme jetzt. Nein, bitte. Nein, bitte. Das kann doch nicht... Warte mal. Da hat es an der Tür geklingelt. Sollen wir erstmal... Warte mal, ich schaue... Ich schaue erstmal aufs Dach, wer das Ganze ist, oder? Lass mich erstmal... Lass mich erstmal aufs Dach kommen. Kommt mit, Leute. Das ist kein Wasser. Das fängt auch noch zum Regnen an. Das geht so nicht. Lass uns erstmal aufs Dach schauen. Wir können hier schauen. Nicht, dass es auf einmal wirklich Turning Red ist. Lass uns mal nach oben schauen. Oh mein Gott, das fängt auch noch zum Regnen an. Leute, wenn ich zum letzten Mal hier runterfahre, dann seid ihr dran schuld. Okay, Leute, ich bin jetzt hier oben. Wir schauen jetzt nochmal oben ganz kurz aufs Dach. Und jetzt fängt es auch noch zum Regnen an. Da läuft schon wieder eine Katze. Okay, wir sind aber nicht wegen der Katzen hier, Leute. Wir sind nicht wegen den Katzen hier. Wir sind hier und... Oh mein Gott, eine fette Ameise. Wir sind hier, um Turning Red zu suchen, Leute. Wir sind hier, um Turning Red zu suchen. Das fängt auch noch an. Ich hoffe, es fängt auch kein Gewitter an. Oh mein Gott, ich will hier wirklich keinen absoluten Schock bekommen. Lass uns jetzt mal ganz kurz nach vorne schleichen und schauen, ob wirklich Turning Red hier war. Leute, das letzte Mal waren wir mal auf dem Dach. Warte mal. Wir laufen jetzt mal bis zum Eingang. Okay. Vorsicht, das sind nämlich auch so fette Telefonleitungen. Ich schaue nochmal nach unten. Okay, irgendjemand ist manchmal. Ich will wirklich keinen Stromschack bekommen. Oh mein Gott. Könnt ihr sehen? Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Okay, lass uns mal kurz anschleichen. Hallo? Leute, ich kann nur die Hunde hören. Ich kann aber keinen sehen. Oh Mann, ey. Dann lass uns mal kurz vor die Tür gehen. Okay, Vorsicht, dass ich hier keinen Schlack bekomme. Okay, dann lass uns mal kurz nach unten gehen, Leute. Kann doch nicht wahr sein. Okay, da ist kein Kabel mehr. Turning Red. Okay, komm. Das fängt auch schon zum Regnen an. Oh, oh. Das wird immer schlimmer. Okay, Leute. Dann lass uns mal nach unten gehen und schauen, was sie von uns will. Nicht schön wieder das Ganze. Oh, oh. Das fängt langsam wirklich krass zum Regnen an. Oh, oh. Okay, Leute. Okay, dann lass uns mal zur Tür schauen. Oh, oh, mein Handy. Das ist echt gefährlich, ihr Leute. Ich bin letztes Mal hier ein bisschen runtergefahren. Aber ich glaube, jetzt eine Technik hier runterzukommen. Oh, mein Gott. Okay, Leute. Lass uns zur Eingangstür und schauen, wer das da ist. Ich glaube nicht, dass es Turning Red ist. Lass uns mal nachschauen. Okay, Leute, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Dann lass uns mal nachschauen, wie jetzt hier in der Tür stehen. Da steht schon niemand. Der könnte das... Hallo? Es schaut auf jeden Fall nicht nach Turning Red aus. So viel kann ich nicht sagen. Lass uns mal... Hallo? Das ist von Turning Red. Wie... Leute, äh... Wie bitte? Blumen? Äh... Von... Tö... Okay, dann... Okay. Äh... Okay. Okay, Leute. Ich hab... Blumen geschickt bekommen. Von Turning Red. Sie scheint anscheinend wirklich in mich zu verliebt zu sein. Aber jetzt wollen wir mal hoffen, dass sie nicht ankommt. Das kann doch nicht wahr sein. Oh mein Gott. Turning Red scheint... Lass uns mal abstellen. Das sind noch mehr Blumen. Mein Gott. Leute. Ich will... Ich will mit diesem Turning Red einfach mal nichts zu tun haben. Es ist ein... Was ist das? Ein Hund oder ein Bär? Es reicht doch schon. Mami Long Legs. Okay, Leute. Lass uns in mein Zimmer gehen und schlafen gehen. Nee, nee, nee. Sie wird nicht kommen, Leute. Sie wird nicht kommen. Sie wird nicht kommen, Leute. Ich bin doch nicht... Ich bin doch nicht verrückt. Kann doch nicht wahr sein. Leute. Lass uns schlafen gehen. Die Tür zu machen. Was? Was ist denn da auf sich? Wisst ihr was, Leute? Ich würde sagen, wir beenden jetzt das Video. Es hat wirklich absolut keinen Sinn mehr. Ich gehe jetzt schlafen. Hallo? Hallo? Leute, da klauft irgendjemand an meine Tür. Äh, hallo? Ist keiner da. Leute, wer weiß... Es regnet doch auf einmal. Kann doch nicht wahr sein. Lass uns doch mal auf die Seite schauen. Hallo? Lass uns doch mal... Das kann doch... Lass uns doch mal. Das kann doch nicht. Hey, mein Gott! Das kann doch mal... Wie ist das? Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.